ah ja oh mein gott ich habe ihn ok biel leiser brauche ich jetzt für den biel leiser und was bist du denn weiz so habe ich sowas doch ich habe greenstone aber das ist melissa switches ich habe das nicht was die da haben wie leise ich habe den nicht ich habe kein biel also ich habe den naja der macht sinn ok ich brauche glas payden glas panes glas panes tin redstone und diamant so ich habe 242 diamant ok warte mein ne es ist das guise der da steht ne ja es ist das guise der da steht ich musste beim carpenter zurück beziehungsweise ich stelle den ab hier jetzt mal hin ja der ist dunkler ach ja guck mal so ja da muss jetzt wasser rein oder wie aber ich habe noch sieht das guise der da steht ich habe noch 611 war noch 320 sieht oder einfach einen zweiten carpenter ich glaube das ist die einfachere variante als sie jetzt hier da lange rumzutun hoch das wird sogar schnell gegessen carpenter ich hab da noch acht squeeze packt das da mal rein gefühlt braucht man für alles so einen eigenen carpenter oder ich stelle mich einfach dumm an das kann natürlich auch sein das wahrscheinlich höchstwahrscheinlicher ist wie das andere aber ich gebe mein bestes ich mache den carpenter mal hier hin ich brauche dann wasser hallo danke hier noch dann hier bitte einmal wasser aus rein so du hast wasser das doch schön ich brauche ein ne leiser yes natürlich zwei hier von ihr davon zwei davon und 1 davon das sollte ich jetzt ein kriegen ach ich habe keine energie muss da wieder klopfen da hau mich nicht jetzt voran ich bin wirklich gleich diesen blöden anker hier ja oder der menschner transceiver vielleicht ich glaube ich habe noch so eine heißt so ein ding wie heißen die denn der menschner transceiver die mensch da genau ein habe ich noch kommen sie mal her nehme ich mit ich habe immer angst wenn ich so schnell hintereinander teleportiere das spiel dann abstürzt geh mal weg ach oh mein gott schock mich nicht so das scheiß ding ist teuer äh grokuzu funktioniert das hat er jetzt energie jetzt sollte der energie haben jetzt hat er energie ich weiß ich habe 20 prozent verlust aber es ist mir gerade wenn man das auch wieder an machen der hat dann auch deutlich mehr energie geht es dauert ein bisschen aber hoch hallo kommt gleich richtig auf mich zugerasst vielleicht doch nicht kann ich da eigentlich import export machen oder zieht er mir da das falsche raus hallo hier scheint mir nur das richtige rauszuziehen ich glaube jetzt sieht mir alles raus vielleicht aber auch nicht tut sich gerade wenig ich glaube jetzt sieht mir nichts mehr raus ich glaube der hat einfach nur die die seeds wieder reingeballert die wie schaut es hier aus die haben drei kann das denn sein ich habe einen ok wo ist meine da kann ich da jetzt nicht wie ist meine da supply beer sapling butterfly oder ein oder 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 ok war noch eine zentrale habe ich schon das ding ja okay wir gehen gerade übrigens einfach nur das fiete bist wie geht durch von oben nach unten was machen wir denn jetzt brauche scented paneling ich brauche mein gott ist ja richtig viel habe ich so schön dass über der suchleiste gerade anal stand wie mache ich denn so wollen so ein pollen cluster mache ich so ist in der zentrifuge ok 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 dafür war ich aber dann jetzt erstmal eine biene hatte ich mal kurz meine tasche so ein bisschen leer mit dem brauche ich weil ich gerade nicht so mein hämmer möchte man immer da nicht an mein hämmer bräuchte ich vielleicht die hier nicht ich brauche diesen scheiß karpentach skintet die da brauche ich ich brauche dennoch ein karpentach also nochmal so ein scheiß ich habe karpenters in haufen ne squeeze es war nochmal ein karpenter und bei diesem einen kann ich ja weg machen was ist das eigentlich royal jelly so wie verarschen wie krieg ich dann royal jelly was ja noch mal ein kaffender ach so den hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht mehr ich bin doof und eine biene so eine queen wie und ich hätte da noch so so kommt dinger könnten ja eigentlich reichen eigentlich ich wollte schlagen gehen weil hier monster sein können oder die zentrifuge mal hierhin und in die zentrifuge kommt jetzt das und dann sollte ich eigentlich wollen rauskriegen so war das doch und auch nicht muss ich die zwei mal zentrifugieren aber ich brauche royal jelly das ist total dumm wie krieg ich denn royal jelly ich krieg die hier bei irgendwas okay bei imperial bs aber ich brauche doch eigentlich wollen sag jetzt nicht ich krieg aus denen keine pollen raus das wäre jetzt richtig richtig mies weil ich stehe immerhin deswegen ich könnte hier eigentlich mal ausleuchten keine monster spawnen gott alter für die ruckel sind ja noch schlimmer trifft ihn doch noch mal na also gott wenn es ruckelt noch schlimmer okay ich glaube ich werde den minecraft output ein wenig verringern damit ihr trotzdem noch videos habt davon ich werde so schnell wie wirklich nach neuem material suchen ich glaube ich krieg hier keinem keine bollen fuck you okay wir machen da auf alle fälle beim nächsten mal weiter und dann erstmal vielen vielen dank fürs zugucken und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal